Mein Name ist Melissa Landhelmel. Ich bin Felix Leininger. Ich bin Jasmin. Und ich bin Sabrina. Ich studiere ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen. Politikwissenschaften und Englisch. Ich bin Mustafa. Ich studiere Medizintechnik in Oldenburg. Ich studiere Psychologie in Münster. Stadt und Regionalltannung an der TU Berlin. Ich bin Maschinenbau. Ich bin gerade im Master. Ich bin bei der Sommerakademie, weil ich mich darauf freue, mit anderen Leuten zu diskutieren. Gerade auch im Austausch mit den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten kommt man vielleicht auch auf andere Gedanken und Ideen. Nicht immer nur sich mit Leuten auszutauschen, die eh dergleichen Meinung sind. Und ja, ich mag das. Meinungsverschiedenheiten. Ich bin bei der STW, also Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Ernst, Ludwig, ehrlich, studieren. Ich bin hier über die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hansburgler-Stiftung. Vom Abissaner Studienwerk. Ich werde von der Kanon-Adenau-Stiftung gefordert. Und ich denke, das wird sehr spannend. Und ich freue mich, da zu sein.